Diese Review wurde gesponsert von Amazing Collectibles, eurem neuen Hot Toys und Sideshow-Händler. Wenn ihr selber Lust drauf habt auf Star Wars Figuren, Marvel Figuren, DC und vieles mehr, dann schaut gerne mal vorbei. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Reviewzeit, Ladies und Gentlemen und herzlich willkommen zurück zu Dark Schnecke Reviews und einer exklusiven Hot Toys Figuren Review. Heute für euch natürlich mal wieder aus Star Wars Episode 7, die Sideshow-exklusive Rey im Resistance Outfit. Ja, das ist die Variationsfigur. Ich dachte erst, ich könnte euch vielleicht die normale Rey zeigen, aber jetzt habe ich halt die Variation für euch am Start. Ist auch wieder eine kleine Premiere, denn eine Sideshow-Exklusiv-Figur habe ich hier noch nie auf dem Kanal gezeigt. Dann ist es heute eigentlich soweit. Tja, ihr seht schon vorne drauf natürlich wieder erst mal schön die Figur zu sehen. Die gute Rey in ihrem Widerstands-Outfit finde ich schon mal sehr, sehr schick. Rechts oben könnt ihr das Sideshow-Exklusiv-Zeichen, das Symbol sehen, den Sticker. Der ist wirklich, ja, sehr schön auf jeden Fall. Der ist sogar geprägt. Ich glaube es nicht. Sehr, sehr toll. Ansonsten die Verpackung von der guten Rey ist natürlich im Star Wars-Standard, im Star Wars Hot Toys und Sideshow-Standard in dem Schwarz-Grauton gehalten. Da ist nichts wirklich tolles mit bei. Ihr seht vorne drauf, wie gesagt, die Figur selbst. Dann den Star Wars-Schriftzug wieder schön in Silberei haben drauf. Hier unten haben wir noch die MMS-377-Rey-Resistance-Outfit, 1-6-Gay-Collectable-Figure. Links unten natürlich das typische Hot Toys-Movie-Masterpiece-Zeichen und hier das Hot Toys-Zeichen. Auf der Seite nicht wirklich viel und auf der Rückseite auch nicht. Das Ganze ist wirklich sehr minimalistisch gehalten. Hier habt ihr natürlich wie immer die Choking-Hazard-Warnings und das Zeichen der Secret Base. Ansonsten ist hier nicht wirklich viel drauf am Start. Ihr seht das hier nochmal, das Star Wars-Zeichen. Wie immer besticht diese Verpackung natürlich durch den tollen Inlayer, den er jedes Star Wars-Figur hat. Und der sieht wie immer natürlich sehr, sehr schön aus. Aus der Endszene aus Episode 7, wo Rey auf Luke Skywalker trifft und ihm endlich sein Lichtschwert überreicht. Finde ich wirklich ganz toll gemacht. Also hier habt ihr einen perfekten Einblick schon mal auf die Figur selbst, die in dieser Verpackung auf euch wartet. Wirklich sehr, sehr schön gemacht. Und ja, jetzt gucken wir uns die gute Rey mal in ihrem Alternativ-Outfit genauer an. Und ich bin mal sehr gespannt, wie sie mir gefällt und wie sie auf jeden Fall euch gefällt. Und da ist die gute Rey in ihrem Resistance-Outfit das erste Mal aus der Verpackung befreit. Und mein erstes Eindruck ist einfach nur wow. Ich bin vor allem sehr, sehr begeistert von ihrem Gesicht. Das Gesicht von Daisy Ridley, das hat Hot Toys hier einfach nur super umgesetzt. Ich finde, die ist echt wunderschön geworden. Da zeigt Hot Toys mal wieder, was sie drauf haben. Ja, ich kann nicht anders sagen, als für mich perfekt getroffen zu 100 Prozent. Die ist echt richtig, richtig hübsch geworden. Wovon ich spreche, seht ihr hier. Ein ganz toller Headscope, wie gesagt. Das sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Das ist Daisy Ridley. Da gibt's gar keine Verwechslungsgefahr. Einfach wunderschön. Und naja, gut, es gibt einige, die den geöffneten Mund nicht so toll finden. Aber auch das ist ja irgendwie ihr Gesichtsausdruck, den sie die meiste Zeit in Episode 7 hatte. Und daher finde ich, passt das schon. Das sieht wirklich sehr schick aus. Wenn ihr die Figur als erstes aus der Verpackung befreit, passt ein bisschen auf. Hier ist eine Schutzfolie um den Kopf rum. Und zwar auch hier um die Haarsträhnen, die hier halt an den Ohren runterkommen. Passt da ein bisschen auf. Die sind nochmal extra protected, damit die nicht irgendwie abbrechen oder sowas. Was natürlich ganz, ganz toll ist, sind diese drei typischen Haarknoten, die Ray in dem Film trägt. Die haben sie wirklich gut gemacht. Das Ganze ist nur geskypetetes her. Also macht euch da keine Sorgen für diejenigen unter euch, die das routet her nicht mögen. Das ist wirklich alles aus Kunststoff gemacht. Das sieht sehr schön aus. Hat einen schönen, dunklen Ton abgekriegt. Schon fast schwärzlich. Und das Skyping da dran ist einfach richtig nice. Natürlich auch die Augen von Ray. Die sind wirklich richtig schön. Also ich finde, das sieht sehr, sehr toll aus. Wirklich. Das sieht richtig schön aus. Für mich einer der besten Female Headscapes, die Hot Toys in letzter Zeit rausgebracht hat. Vor allem, was ihr wahrscheinlich gar nicht so erkennen könnt. Komm her, Ray. Hier vorne der Haaransatz. Da wurden noch ganz feine kleine Haare so mit drauf gepaintet, damit das auch nochmal so ein bisschen lebendiger aussieht. Das sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Also im Großen und Ganzen muss ich sagen, diese Headscapes ist für mich 100%ig Daisy Ridley. Da gibt es keinen Zweifel dran. Das sieht wirklich richtig schön aus. Aber nicht nur natürlich ihr Gesicht ist toll, sondern auch das Outfit selbst. Was hier ein bisschen gewöhnungsbedürftig rüberkommt. Weil, wie gesagt, das ist die Endszene aus Episode 7. Daher, ja, ob man sich jetzt die Figur deswegen zulegen muss, weiß ich nicht. Aber für alle Ray-Fans ist das hier auf jeden Fall einen Blick wert. Ihr seht, sie trägt jetzt hier so eine Art gräuliche Weste. Mit ein paar Schulterpads, die hier drauf gepolstert sind. Das sieht ganz schick aus. Das Tailoring wirkt ein bisschen grob, muss ich sagen. Hier gerade die Nähte. Aber ansonsten sieht es eigentlich gar nicht schlecht aus. Hier unten alles so ein bisschen ausgefranst gemacht. Das sieht auch gut aus. Und auch hier sind die Nähte, denke ich mal, durchaus hier akzeptabel. Ihr seht dann hier, sie trägt hier halt sozusagen. Ja, wie nennt man sowas? Kann ich euch nicht sagen. Ist auf jeden Fall kein Hemd. Das ist separiert von der Weste. Auch das hat ein paar schöne Details. Es wurde gut getailert auf jeden Fall. Diese ganzen Absetzungen hier am Arm finde ich sehr, sehr schick. Dann hier halt auch noch diese Ellbogenschützer, die sie hier drauf genäht haben. Und dann halt hier sogar noch so ein paar, ja, so ein paar Details. So durchlöchert ist das Ganze hier. Sieht auch schön aus. Auch wieder so ein bisschen ausgefranst gemacht. Aber im Großen und Ganzen finde ich, sieht das recht schick aus. Darunter, wir ziehen Ray jetzt mal ein bisschen aus, trägt sie, ja, eine Art weißes Hemd, das sehr eng anliegt. Nichts Spektakuläres dran. Was aber toll gemacht ist, ist halt dieser Gurt, den sie jetzt hier oben hat. Der Gurt mit dem Holz da. Der ist einmal komplett hier oben um den Bauch rumgewickelt und geht dann hier runter zur Hüfte. Schaut euch das mal an. Kommt mal her, Ray. Das sieht wirklich cool aus. Schaut mal. Richtig schön gemacht. Und den Booty-Check hat Ray auch bestanden. Unglaublicherweise. Diese ganzen Vergurtungen haben hier auch dann Metallösen am Start, was wirklich sehr schön aussieht. Und hier halt dann das Holz da, wo ihr dann den Blaster reinpacken könnt, den Han Solo ihr ja in der einen Szene auf jeden Fall gegeben hat. Der ist nämlich auch mit dabei. Der passt. Dann hier um den Oberschenkel rumgewickelt. Um die Hose, die hier in einem, ja, es ist ein Beige-Ton. Eine Art Beige-Ton auf jeden Fall, der herkommt. Sehr schlicht gehalten mit ein bisschen Polsterung hier vorne dran. Sieht aber wirklich toll aus. An der Seite ist das Ganze so ein bisschen eingeschlitzt hier. Und dann haben wir eigentlich schon wieder diesen typischen Ray-Mode-Trend mit ihren Boots hier, die sie auch auf Jakku getragen hat, die aus einem Solid-Piece bestehen, aber trotz allerdings sehr gut aussehen, muss ich sagen. Hier seht ihr so ein bisschen die ganzen, ja, nicht Verschnürung, wollte ich sagen, die ganzen Riemen, die hier dran sind. Und das hat eine ganz seltsame Struktur hier auf jeden Fall. Es sieht nicht nach Leder aus oder sowas. Kann ich jetzt so nicht beschreiben, aber auch da ist ein bisschen Drybrush drauf. Und wenn ihr da drunter guckt, seht ihr dann halt auch mal so ein bisschen die Fußsohlen, die hier auch wirklich sehr untypisch aussehen. Aber ich finde, das sieht cool aus auf jeden Fall. Ich habe erst gedacht, sie kann dadurch nicht so richtig gut stehen, aber da macht euch keine Sorgen. Auch das ist alles wirklich sehr gut geregelt. Also ich muss sagen, Ray sieht hier auch im Resistance Outfit doch sehr schick aus. Sie sieht sehr edel aus, muss ich sagen. Wer sie mag, der kann sie sich auf jeden Fall holen. Ich finde, das ist eine ganz tolle Figur. Was mir aber auch auffällt, ist, dass Ray eine sehr zierliche Figur ist. Das liegt natürlich auch daran, dass Daisy Ridley eine sehr kleine, zierliche Frau ist. Daher ist die Umsetzung hier meiner Ansicht nach mehr als gelungen. Bevor ich jetzt gleich zu den Essensways springe, möchte ich euch natürlich mal zeigen, wie sich unsere zukünftige Jedi, wenn sie denn eine ist. Zu diesem Zeitpunkt wissen wir es ja noch nicht, wie sie sich bewegen kann. Und auch da dürft ihr nicht enttäuscht sein, denn das ist wirklich Hot Toys Standard. Sehr gut. Der Kopf sitzt natürlich erst mal auf einem Boy Giant. Ihr könnt den 360 Grad drehen. Passt ein bisschen hier auf mit diesen Haarsträhnen, wie gesagt. Er ist wieder mal separiert. Das haben wir ja typisch bei den Hot Toys Ladies. Hier drunter ist wieder eine Gummihaut am Start. Dadurch könnt ihr auch den Hals ganz weit nach unten packen. Schaut mal. So weit nach unten kann sie gucken. Und so weit nach hinten. Das ist wirklich richtig, richtig toll geworden. Das gefällt mir. Komm mal her. So. Die Schultern finde ich auch gut. Die sind separiert vom Körper. Die könnt ihr so weit nach oben packen, wie ihr möchtet. Schaut mal her. Tolle Beweglichkeit von der guten Daisy Ridley. Ich sag jetzt mal Daisy. Finde ich echt. Ich finde die sieht toll aus. Wir haben ein Butterfly-Gelenk eingebaut bei beiden Schultern. Das finde ich auch gut. Das heißt, ihr könnt die Arme nach vorne und nach hinten noch ganz gut kippen. Das sieht sehr gut aus. Die Arme sonst könnte natürlich 360 Grad jetzt hier perfekt rotieren, weil da ist nichts, was das Gelenk irgendwie behindert. Wir haben doppelte Ellbogengelenke. Da könnt ihr auch noch ein paar nette Sachen mitmachen. Auch wie sie sich schämt. Sehr toll gemacht. Und dann natürlich die Hottoys-typischen Gelenke an den Händen, womit ihr die Hände 360 Grad drehen könnt. Und dann halt auch noch mit dem kleinen Klaviergelenk. Auch hier wieder ganz filigrane Gelenke. Ganz fein die Hände hier. Also auch da vielleicht ein kleiner Knackpunkt, wo ihr aufpassen solltet. Ja, AppCrunch-technisch ist natürlich dann auch vorhanden. Ihr könnt die gute Ray so weit nach vorne packen. Schaut mal. Wirklich sehr weit nach vorne. Finde ich super. Und auch nach hinten könnt ihr sie echt schon fies verbiegen. Aber da ist eine richtig geniale Beweglichkeit gegeben. Genauso wie in der Hüfte. Ihr müsst allerdings da nur ein bisschen aufpassen hier mit dem Gurt. Denn ansonsten könnte da was passieren. Wir haben hier oben am Oberkörper eine kleine Beweglichkeit eingebaut. Hier seht ihr das? Da. Und dann halt hier unten ist noch eine Beweglichkeit, die allerdings ein bisschen starrer ist. Also auch da könnt ihr was machen. Das funktioniert. Ray kann hier wirklich sich richtig fies verbieten. Da könnt ihr wirklich Sachen mitmachen. Ja, ein paar Action-Posen, Kampfszenen oder sowas. Das ist alles machbar. Ja, die Beine. Den Split können wir jetzt leider nicht so weit machen, weil dann hier schon die Hose zu eng ist. Weiter als so könnt ihr die Beine nicht auseinander packen. Nach vorne wird es dann auch wieder eng. Die Beine sind hier in einer sehr eingeschränkten Beweglichkeit. Ohne jetzt großartig fies zu strapazieren, kriegen wir die Beine wirklich nur so weit nach vorne. Das ist ein bisschen schade. Nach hinten natürlich auch nicht weiter. Also stellt Ray dann doch lieber in eine starre Pose hin. Wir können auch hier natürlich die Oberschenkel bewegen. Das geht. Und wir haben auch die doppelten Kniegelenke. Das ist auch alles so weit völlig okay. Also wirklich die einzige Problematik an der Beweglichkeit sind die Beine bei Ray. Aber ich denke mal, ja, was soll sie auch großartig sich fies bewegen? Ich finde, sie sieht einfach so groß und ganz toll aus. Auch mit den Accessories, die ich euch gleich zeige. Steht sie einfach toll da. Da muss sie nicht irgendwie noch Handstand machen können oder sowas. Ja, und dann die Füße, die Schuhe. Ein separate piece. Ihr könnt da komischerweise dieses Mal nichts großartig bewegen. Nur 360 Grad drehen das Ganze. Wir haben auch keinen Enkelpivot. Das heißt, Ray steht zumindest in dieser Figurenform in Sachen Beine und Füße sehr starr da und hat da nicht wirklich eine so gute Beweglichkeit. Aber der Rest ist völlig okay für mich. Also das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich finde, ich bin, wenn ich das Gesicht sehe, ich bin so begeistert von ihr. Die sieht wirklich echt richtig schön aus. Ganz, ganz ehrlich. Ja, und dann natürlich der, das Zubehör, was dabei ist. Das hat auch nochmal auf jeden Fall was. Und dann sieht diese gute Ray im Resistance Outfit natürlich noch um einiges besser aus. Als erstes natürlich das große Highlight für mich ist ihr Stab. Auch die normale Ray-Figur, die ihr separat oder auch mit BB-8 kaufen könnt, hat diesen Stab mit dabei und den finde ich echt toll. Und der ist riesig. Schaut euch das an, was das für ein Riesenteil ist. Der hat ein paar richtig tolle Details auf jeden Fall abbekommen. Wenn wir uns das jetzt hier mal ansehen, da hat Hot Toys wirklich wieder voll reingegriffen. Super nice. Das passt schon. Auch hier so die Bandagierung, die hier mit rum gemacht ist. Und dann halt hier, ja, das Band, der Schultergurt sozusagen. Auch das wirklich ganz toll gemacht. Sieht echt super schick aus. Ein Riesenteil, was ihr dann Ray halt sozusagen um die Schulter packen könnt. Da hat er gut einfach die perfekte Länge, muss ich sagen. Ihr braucht das hier einfach nur reinlegen um die Schulter von Ray. Und dann könnt ihr diesen gewaltig großen Stab halt eher sozusagen über die Schulter legen. Das sieht echt schön aus. Das gefällt mir schon richtig gut, aber so muss Ray auch sein. Ich finde, mit diesem Stab, da sieht das jetzt schon wieder um einiges besser aus. Aber das ist nicht das einzige tolle Zubeurteil, was mit dabei ist. Denn wir haben natürlich auch noch, wie vorhin von mir angesprochen, die Blasterpistole. Auch die sieht wirklich toll aus. Ich finde es immer wieder bemerkenswert, wie Hot Toys in so kleinen Waffen doch wirklich den Metallton hervorbringt. Ihr könnt das sehen. Das ist ein schönes Painting. Das ist alles ein bisschen auch dreckig gemacht. Und vorne am Lauf könnt ihr auch erkennen, da ist wieder eine leichte Verfärbung zu sehen. Das Ganze wurde schon öfters mal abgefeuert. Und hier ganz vorne seht ihr, ist alles so ein bisschen im lila-blau-Ton gehalten hier vorne. Auch das sieht sehr schick aus. Wirklich sehr gut gemacht. Tolle Details. Wer den Blaster so noch nie vom Namen gesehen hat, ich denke mal, das wird hier schon zu 100% Movie akkurat sein. Auch mit dem schwarzen Griffstück und alles. Schon wirklich sehr, sehr schick, muss ich sagen. Und das Ganze passt dann halt auch perfekt in das Holster, was Rey halt ja um ihre Hüfte gelegt hat. Und dann ist das gute Stück wie immer griffbereit. Und durch die gute Beweglichkeit der Arme könnt ihr das auch so machen, dass Rey dann halt die Pistole immer griffbereit hat. Gefällt mir auch wirklich sehr, sehr gut. Schönes, kleines Teil. Ja, ansonsten hat sie natürlich auch noch diese Tasche mit dabei, die sie bei der letzten Szene von Episode 7 mit zum Aufstieg nach Luke Skywalker ja um hat. Auch die ist schön gemacht. Ihr könnt sie nicht öffnen, so wie es aussieht. Innen drin ist sie auf jeden Fall gepolstert, damit sie ein bisschen dicker aussieht. Aber auch hier muss ich sagen, hat Hot Toys das wirklich wieder schön gemacht. Ein schönes Tailoring ist dran. Wirklich aus richtigem Stoff gemacht. Na, ihr seht das. Das sieht schön aus. Auch hier so mit diesem kleinen Netzteil vorne dran. Und dann halt der Gurt, womit ihr halt die Tasche um Rey rumpacken könnt. Ungefähr so musste sie im Film getragen haben. Ich meine, das passt so einigermaßen. So sieht es zumindest auch auf dem Inlayer der Verpackung aus. Also ihr schultert das Ganze hier dann auch nochmal rüber. Dazu müsst ihr halt den Arm erstmal kurz nach oben drehen, dann die Tasche rüberfriemeln und dann vorsichtig über den Kopf das Ganze. Und dann hat sie die Tasche halt hier vorne. Ja, das hängt hier ganz gut fest, muss ich sagen. Und da ist natürlich dann auch das Laserschwert von Luke Skywalker drin, was ihn dann in der berühmten Endszene schweigsam überreicht. Und das haben wir hier. Natürlich ist es mit dabei. Das wäre ja sonst schade, weil wenn es schon die letzte Szene aus Star Wars Episode 7 repräsentieren soll, dann muss auch Luke Skywalker sein Schwert dabei sein. Ihr seht das hier. Wieder ein paar tolle Details natürlich drauf. Dieses Mal ist allerdings kein Lichtschwert, kein Lasereffekt mit dabei. Das heißt, das Schwert bleibt so, ganz normal. Und der Handgriff. Und das ist eigentlich völlig ausreichend. Hier unten auch nochmal wieder mit der kleinen Schlaufe, mit dem Metallteil, womit dann halt sozusagen Luke das Ganze an seinem Gürtel befestigen kann. Aber ja, gut. Es wirkt hier gerade ein bisschen schief irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ja, doch so ein bisschen. Aber es sieht natürlich wieder sehr schick aus. Es hat tolle Details. Und ich denke mal, die ganzen anderen Star Wars Sammler unter euch von Hot Toys kennen dieses Schwertdesign schon zu Genüge. Auch gerade bei der Luke-Figur wird das Schwert, denke ich mal, genauso aussehen. Und daher gibt es da nicht wirklich großartig, was da noch zu zeigen. Außer natürlich, dass Rey das gute Stück mit einer der beigefügten, austauschbaren Hände Luke entgegenstrecken kann. Schaut mal. So ungefähr. Das sieht wirklich sehr schön aus. Tja, da muss ich sagen, sieht das wirklich nice aus. Ob sich jetzt natürlich diese Resistance Rey-Figur für euch lohnt, wenn ihr schon die normale Version habt, weiß ich nicht. Mehr ist an Zubi auf jeden Fall nicht dabei. Trotz alledem, finde ich, sieht es sehr, sehr schön aus. Und ich bin von dieser Figur sehr angetan. Ansonsten haben wir natürlich nur noch einen schönen Stand mit dabei mit einer Plexiglasscheibe obendrauf und dem Widerstandszeichen, was wirklich auch sehr schön aussieht. Und dann hier vorne Star Wars Rey. Das Ganze kommt noch wieder mit einer Crouch-Gabel, die ihr hier einfach reinstecken müsst. Komm mal her. So, dann könnt ihr Rey da sozusagen raufstellen und dann sieht das Ganze wie immer natürlich sehr schön in eurem Display aus. Tja, und mehr kann ich euch nicht zeigen zu der guten Rey. Wer sie haben möchte, schnappt sie euch. Ich denke mal auch bei Amazing Collectibles könnt ihr jetzt noch eine erstehen. Ich würde sagen, sie lohnt sich auf jeden Fall. Wenn ihr jetzt zum Beispiel die normale Version nicht mehr gekriegt habt und ihr Glück haben solltet, an die Sideshow-Exklusiv-Version ranzukommen, schnappt sie euch. Ich finde sie ganz toll, gerade auch schon wegen dem super gingastischen, gingastischen, sagt er. Headsculpt von Daisy Ridley, der mich jetzt zu 100% überzeugt. Er sieht noch um einiges besser aus als hier der Prototyp auf dem Bild, weil wenn ihr die jetzt in Hand habt, dann sieht die wirklich ganz, ganz toll aus. Ja, Leute, das war's für die Review. Ich würde sagen, wir sehen uns ansonsten wie immer im nächsten Video wieder. Wie immer, schreibt mir eure Meinung zu der Figur unten mal in die Kommentare rein. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis denne dann und möge die Macht mit euch sein.